Ui. Opsala. Oh, jetzt häng ich fest, Leute. Aber egal, wir können einmal den Polizisten da hinten schon mal... Äh, oh nee, oh. Ey, das darf nicht wahr sein. Und... Lol. Einen Schuss hat er mir gegeben und ich bin fast zur Hälfte down, ey. Also die Glock ist ja auch schon übertrieben OP, würde ich sagen. Okay. Uäh, vorsichtig, vorsichtig. Oh, 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 oh. Und einmal nachladen, Leute, Leute, Leute. Knappe Geschichte hier, aber bessere Positionierung und... Oh, und er ist down. Oh, na, also, Leute, da haben wir schon mal unseren ersten Polizisten hier weggemacht.